Willkommen liebe Leute, zurück zu Skylanders Trap Team. Wir machen jetzt weiter und führen jetzt mal hier die Mabu... Ne, wie hieß denn die? Mabu-Einheit, glaube ich, oder? Die führen wir auf jeden Fall jetzt mal weiter voran hier. Baustufen. Oh oh. Nein. Das heißt... Ja, ich wollte es gerade sagen. Zwei. Unfassbar. Es wird ja immer verrückter, hier zwei Schlüssel, Leute. Oh scheiße, dann gehen wir schnell mal hier rein. So. So. Oh oh, das Rätsel wurde gelöst. Schwer war es ja. So, Leute. Den ersten Schlüssel packen wir schon mal ins Schloss. Und dann zogen wir uns den Zweiten. Eine Baumstammfahrt. Ja, natürlich. Ich weiß, ich bin ein großer, großer Skylander. Aber ich werde das gleich erst mal machen. So. Wer schießt denn da schon wieder auf dich? Aua. Ich werde um dich trauern. So, zweiter Schlüssel am Start hier. Können wir direkt hier rüber jumpen. Perfekt. Alles klar. In dieser Zone, was? Komm mal raus, Snapshot. Wir brauchen dich. Gleich da vorne. Hab ich das doch schon gesehen. Mit deinem schönen Blümchenhut. Wie schön. Wie schön. Zack, 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 zack. Das ist ein Zorderer. Lass das. Sein. Komm schon. Perfekt. Was haben wir hier? Ein Schmetterschlag. Oh, oh. Kleine Vögel. Ah, wie süß. Perfekt. Da hinten rechts ist schon wieder so ein Stein. Wieso geht das hier nicht? Scheiße. Warum geht das hier nicht? Mist. Das ist Bambus. Deswegen geht das nicht hier, ne? Wir brauchen irgendwas anderes. Holz brauchen wir. Hier ist das Holz. Damit würde es gehen. Aber die Kiste nehmen wir natürlich erstmal mit. Und dann holen wir uns den Stein da hinten. Zack, 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 zack. Yeah. Alles für dich, Snapshot. Gott, ich hab dich so lieb. So. Das hat er sich auch mal verdient. Na? Wie mach ich das denn jetzt am besten? Kannst du das auch noch aufnehmen? Ne, das geht gar nicht. Wie mach ich das denn? Geht das denn so? Wenn ich das so mitnehme? Hier lang? Oh ja, so geht das. Los, los, los. Auch alles für ihn hier. Das hat er sich einfach verdient. Was ist das denn für ein Vieh? Flipwreck. Was ist das denn? Meeresklatscher. Dann zeig mal her. Geil, mit Schwert, ey. Die sieht auch richtig cool aus, die Figur. Ach ja. Schön wär's, schön wär's. Hier geht's gar nicht lang. Hier unten geht's lang. Warum guckst du denn so auf den Boden? Hey. Ich hab's doch schon fertig gemacht. Zack, Jungs. Geht mir. Vom Leib. Okay. So, Leute. Jetzt ist der Moment gekommen. Oh Gott, das will Leute, die letzte Figur. Die letzte. Die letzte Figur. Oh Gott, mir kommen die Tränen, Leute. Bleibt ruhig, bleibt ruhig. Ich sag's vorweg, ich hab mir wahrscheinlich nicht die beste für den Schluss aufgehoben. Aufgehoben, aber. Cool sieht sie trotzdem aus. Jetzt gibt's wieder Probleme, das da rauszuholen. So, geht doch. Sprocket. Ist eine Skylanders Giants Figur. Mal gucken, was die drauf hat. Oh, wie geil. Wie geil, die kann Geschütze aufbauen. Hilf mir, Geschütz. Oh Gott, wir müssen die aufleveln. Die hält ja gar nichts aus. Ja. Hehehehehe. Jetzt kommt doch mal Mabu-Einheit. Ja, Jungs. Genau. Ey, die hauen nur auf mich drauf. Was soll denn das? Warum schlagen die nur auf mich ein? Kleinpreis gemacht. Hurra! Hurra! Das Seedl hat mir Kleinpreis gemacht. Mach dir keine Sorgen wegen dieser Tür, Skylander. Meine Soldaten, hebeln sie für dich auf. Du musst ihnen nur die fiese Kinn für eine Weile vom Leib halten. Das Aufhebeln dauert, weißt du. Ich habe echt mal ein verdammtes Geschütz kaputt gemacht. Deh, 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 deh. So, zack, zack. Zack, 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 Junge. Geh weg von mir. So, lass mich mal durch, Jungs. Oh nein, da brauche ich wieder diesen Shrapnelhaut. Da freut er sich, der Pisser. Zack, 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 zack. Aua, aua, aua. Yes, perfekt. Jetzt hält sie ein bisschen mehr aus. Oh, da hinten kann man aufleveln. Hier hinten geht es auch lang. Wir brauchen schon wieder Snapshot. Snapshot, Junge, das ist deine Folge, ist es. Das hier ist ein übelster Auftritt. Croc and roll. Warum kann man die Kamera echt nicht drehen? So. So. Okay. Legendärer Schatz. Kann man das überhaupt jetzt schon gebrauchen? Warum kann man das nicht ablegen, ey? Warum kann man das nicht ablegen? Das ist so doof. Ja, das ist so doof. Ja, ja. So. Ja, so vielleicht? Jetzt habe ich auch das braune Holz gebrochen. Toll. Die Schraube sitzt. Es wäre sehr cool, wenn man irgendwie schneller laufen könnte mit dem. Manchmal wünsche ich mir das. So. Hä? Wir haben mit der nur durch eine Münze gesammelt? Okay. Oh, bitte, bitte! Nein! Verdammt! Die scheiß Luftfalle hier. So. So. Alter, die kann ja echt nichts. Die kann wirklich nicht viel, wa? Die kann echt nichts. Die ist nicht so geil, die Figur. Snapshot! Komm, du machst den Rest jetzt. Die kann echt nichts. Die ist nicht so geil, die Figur. Schade, Mann. Krankenstein heißt der auch noch. Steck eine Luft. Mann, ja, ich habe keine Luftfalle. Komm, hau ab. Schade, Mann. Gute Arbeit, Leute. Wirklich gute Arbeit. Wir haben die Mühle vor diesen Schicksalsräubern gerettet. Jetzt müssen sie sich anderes Zauberholz suchen, um neue Physiken-Soldaten zu bauen. Und es gibt kein anderes. Ja, ja, ich muss zugeben, dass ihr Jungs von den Mabu-Streitkräften gute Arbeit geleistet habt. Und ich kenne mich mit guter Arbeit aus. Aber ich kenne auch diese Schicksalsräuber und so leicht werden sie nicht aufgeben. Der Skylander und ich müssen sofort zur Akademie zurückkehren und herausfinden, was sie als nächstes planen. Wir werden allen berichten, wie gut ihr wart. Und wie brillant wir waren natürlich. Alles klar, Holzheld. Haben wir das auch beendet. Okay Chaos, was jetzt? Ja, wir könnten damit beginnen, dass ihr mir für meine großartige, überwältigende Hilfe dankt. Na? Vielleicht später. Wieso erzählst du uns nicht zuerst etwas über diese Traptanium-Waffe, die die Schicksalsräuber bauen? Na gut. Diese Idioten brauchen etwas wirklich, wirklich Stinkiges, damit es klappt. Und ich weiß zufällig, dass die einzige Sache in den Skylands, die so übel riecht, die Schmiere aus der geheimen Kanalisation des überragenden Gestanks ist. Die geheime Kanalisation des überragenden Gestanks? Noch nie davon gehört. Es wäre ja auch kein großes Geheimnis, wenn es jeder kennt. Ich kann euch sagen, wie ihr dort hinkommt. Also ich muss gestehen, dieser Ort klingt absolut schrecklich, aber wie sagt man? Die Pflicht ruft. Alles klar, Leute. Na gut. Oh, da kommt schon wieder ein neues Gebiet hinzu. Das ist doch cool. Das werden wir uns vielleicht beim nächsten Mal gleich ansehen. Dieses Mal reicht es jetzt erstmal. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Das war Kapitel 9. Kapitel 10 wartet natürlich logischerweise dann beim nächsten Mal auf uns. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Lasst ein bisschen Feedback da, wenn ihr möchtet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.